Hallo Leute, willkommen in meinem Ernst im Wunderland Kanal und heute spielen wir wieder ein lustiges Spiel. Hier sind jetzt 10 verschiedene Schüsseln und hier sind noch kleine Zettel. Und auf diesen kleinen Zetteln steht, welche Nummer, weil auf jeden von diesen Schüsseln ist irgendwas drin. Vielleicht was zum Essen oder vielleicht auch Geld. Ich bin jetzt der Erste, der jetzt anfängt und ich werde jetzt den Ersten öffnen. Die Nummer 2. Du darfst doch noch eins. Nein, das war's jetzt. 2 Euro. Warte, warte. 4. 4. 2. Okay. Schau. Kommt der Rettemann. 1. Okay, jetzt bin ich halt wieder dran und die Nummer 6. Mit Löffel. Ja, mit Ketchup. Zehn. Was ist das? Zehn. Mayo. Was hast du dazu? Taube. Lecker. Drei. Nein. Okay, jetzt kann ich einfach nur ein Stückchen. Zehn. Zehn. Ich bin von der Tür. Zehn. Ohhhhh. 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 Nein. Ich bin von der Tür.